Achtsamkeit bedeutet Leben. Aber die meisten Menschen leben nicht wirklich. Sie schlafen. Sie sind Gefangene in ihrem eigenen Verstand, in einem Ego-Verstand, der ihr wahres Selbst unterdrückt, ohne es selbst vielleicht zu bemerken. Sie haben einen Job, den sie nicht mögen, damit sie Geld verdienen, um sich Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die sie eigentlich nicht mögen. Wir leben in einer verkehrten Welt, gefangen in einem Hamsterrad, das dieses chaotische, ego-gesteuerte System am Laufen hält. Wir angeln uns von Termin zu Termin, ständig unter Zeitdruck, unter der Prämisse Leistung zu zeigen und bestimmte Ideale zu erfüllen. Doch auf diesem Weg verlieren wir uns. Wir stellen unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unser Lebensglück aufs Spiel. Wir vergessen, wer wir wirklich sind, verleugnen unser wahres Selbst und irgendetwas ganz tief in unserem Inneren fehlt uns. Dieses innere Loch versuchen wir irgendwie zu füllen. Manche versuchen es mit Drogen, Alkohol, Shopping oder Süßigkeiten. Andere durch Fernsehen oder Social Media. Wir lenken uns ab und sind ständig auf der Suche nach neuen Reizen, Glücksgefühlen und dem nächsten Endorphin-Kick. Das ist aber nicht wirklich das echte Leben, sondern es sind nur die Auswirkungen eines tiefen Schlafs, der uns unbewusst macht, der uns unerfüllt macht, der uns wie ein Autopilot durchs Leben steuert, während das echte Leben an uns vorbeizieht. Was bedeutet das Leben dann? Was ist das wahre Leben da draußen? Wenn wir aus diesem Schlaf erwachen, nehmen wir die Welt mit neuen Augen wahr. Wir spüren, wie das Leben durch unsere Adern fließt, wie wir jeden Moment beginnen vollständig auszukosten und zu genießen. Wir können das Glück in jeder kleinsten Lebenssituation finden und können uns von all dem lösen, das uns unglücklich macht. Wir können die Kontrolle über unser Leben zurückgewinnen. Wir können uns lieben, so wie wir sind und ein neues, besseres Leben ganz bewusst kreieren. Wir können dann gar nicht anders, als wahres Glück und vollkommene Zufriedenheit zu erlangen. Stelle dir ein Leben voller Freiheit, Liebe, innerem Reichtum und Erfüllung vor. Dieses Recht auf ein besseres, erfülltes Leben steckt in jedem von uns. Dieses Potenzial liegt irgendwo in dir verborgen und schläft. Du musst nur noch aufwachen und kannst beginnen, dieses Leben zu leben. Achtsamkeit ist der Schlüssel dazu. Achtsamkeit bedeutet Leben. Ich bin carpeting. Ich bin da, als K Cell Meraining dritt und thribro. Danke. Ich bin da, wasn ich bin da, ist Bismarck. Ich bin le differencesgeλε春. Nicht, wie GPT wird wohl, ohne dass, wenn es K PSV Material ist. Wir brauchen überhaupt nicht, nur nochmal rausk Toby Kof,